So, da sind wir schon wieder bei der nächsten. Hallo, hallo, ich muss da raus. Jetzt geht's aber anders. So, wir sind bei der Aufgabe, platziere Panzerabwehrgeschosse. Ihr seht jetzt, wir haben fünf verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle euch, geht nicht hier hin, beziehungsweise, ja, guckt das, ihr das, ja, wie soll ich das erklären? Es wird schwierig sein, in einer Runde hinzukriegen. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Nämlich, das Problem ist, alle sind natürlich jetzt hier unterwegs, weil es glaube ich auch sogar die letzte Aufgabe ist. Und farben halt die Spots ab. Beziehungsweise, wir kennen ja auch die ganzen kleinen Farmer, die nämlich dann schön immer hingehen. Und dann warten, bis derjenige da ist und holen sich den Kill natürlich ab. So sieht das Ganze aus. Zack, da haben wir schon eine von drei. So, mal gucken, vielleicht kriege ich es in einer Runde hin. Ich bin zwei Plays aber. Na, jetzt nehmen wir hier. Meine Güte. Ich weiß nicht, wer hat auch noch das Problem? Wenn man mit Controller spielt und dann am PC ist, wie oft man dann teilweise mit dem Controller die Sachen eingeben muss, dann wieder mit der Tastatur, forschbar. So, wie gesagt, ihr wisst jetzt, wie das Ganze aussieht. Achtet auch auf der Minimap drauf. Nämlich, das Ganze wird mit einem Ausrufzeichen markiert. So könnt ihr das natürlich dann auch noch ganz easy sehen. So, wir wollen mal gerade ein bisschen was mitholen. Weil eben, wo ich hier gelandet bin, wollte ich gerade für euch das Video aufnehmen, nur um zu zeigen, wie das Ganze aussieht. Natürlich drei Gegner um mich herum. Da habe ich mir auch gedacht, okay, die Aufnahme kannst du dann getrost wegschmeißen. So, achtet auf die Minimap. Dort seht ihr dann ein Ausrufezeichen. Ihr müsst nur in die Nähe gehen. Das reicht doch schon vollkommen aus. Zack, da ist die Nummer zwei. Ja, da eben war es schon mal. So, jetzt brauchen wir noch eine. Können wir wieder die Maus benutzen. Ich liebe es. Ich probiere es jetzt einfach hier. Hauen wir uns noch schnell die Karte mit. Aber ganz ehrlich, ich habe meine Tarnung eigentlich schon, wie ich sie haben will. Ja, da ist der Bot. Oh, bitte, lasst mich einfach durchgehen. Ich hasse das, wenn ich dann nochmal da landen muss. Nur wegen einer Munitionskackelei. So, den holen wir uns natürlich noch mit. Gucken, ob er auch ein Jetpack hat. Nee, er hat keins. War nämlich jetzt nur so Interesse halber. Und ihr seht, da ist die dritte. Zack. So, Level 185. Ich hoffe, ich konnte euch halt wieder damit weiterhelfen. Wenn ja, zuhören. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst gerne einen Like. Da haben wir noch kein Abonnent bis. Gerne ein Abo raushauen. Ihr könnt auch gerne meine Playlist unterstützen mit den Emotes. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Aufgaben. Und haut rein.